willkommen zurück zu einer weiteren folge von resident evil 2 also da oben ist jetzt dieses wappen dingens da wie ich drücke mal die falsche taste mein inventar ich habe noch so eine kiste die knacke ich dann mal hinten in das offene fenster dann wird es auch verbraucht dann kann da kein zombie mehr durchkommen das wäre echt gut david wenn mich weiter so belastet dann belaste ich dich bald weg ihr müsst weg belastet benutzen hatte ich so mit munition verschossen irgendwann wenn der ok da brauchen wir andere schlüssel deswegen habe ich vorher gar nicht gemerkt stimmen dieses ganze akten raum abteil da haben wir nicht gemacht ach gucke heiz raum alles mögliche presser raum da kommt nicht mehr durch würde ich sagen weil sie anseite sind die peter gleich mal da ist ein sicherungskasten stimmt ja dass die erste götterinnen dass die eine götterinnen statue schließt aber papa papa falsche taste die krise also wir gehen ins besprechen zugekettete tür ne verschlossene tür ne ok wir kommen doch beide nicht durch oder doch die verschlossene tür vielleicht direkt mit dem normalen schlüssel ich weiß nicht aber da ich ein was denn hier los das fenster auch offen ja das ist auch offen da kam mir die olle durch troth hilda die erste der erste abfuck zambi der david als der stream offline als das video offline war als wir nicht weiter videos produziert haben erst mal von hinten gemordet hat da war mal so ja das war mal so da liegt die pisswache die hat auch ordentlich einen abgekriegt so hier verschlossene tür komplett kein durchkommen so läuft der hase heilige scheiße was ist heilige scheiße leute kann erfahren artikel 13 wurde durchgesetzt er kommt das ist jetzt offensiell offensiell wir wurden alle gefickt im internet ja niemand ernst das was jetzt rein im internet datenschutz wird uns alle vernichten und kontrollieren das ist der ernst dieser lage merkte nicht wie ernst ich bin aber ernsthaft david sind das ist ganz ernst ich weiß nicht ob sich das wirklich so ganz gefallen lassen im artikel 13 wird durchgesetzt es kommt der modder kommt durch da hoffentlich nutze ich diesen schlüssel nicht ab mit der zeit oder tue ich das ja eher nicht was mache ich mit dem abgenützten schlüssel kann ich hinweg werfen brauche ich den noch nutze machen first hat gewollt sie haben erst mal gimme that habe ich was für ein siegel haben wir da bekommen also beim in der goldenen statu an sich ist noch ein siegel holy wonkers göttinnenstatue an sich wo wir haben was wo ist unser buch das ist eine andere statue okay wo ist die ich weiß wo die ist wir vermissen nur das einhorn aber lass erst lassen lassen wir erst mal claire ein denn claire klärt und ich werde mir jetzt für jeden getöteten zombie ein apfelring vielleicht habe ich einfach keinen bock auf einen apfelring aber das spiel trotzdem für mich ein paar save eingebaut hat es gibt so einen raum in einem horrorspiel meine wegen wenn du nicht gleich von zombies überrannt wird gerne doch ggg kräuter mhm muss aufhören mit dem mhm computer irgendwas da oh da ist was stadtbroschüre willkommen in raccoon city wie löst man diese sachen da ist irgendwas drauf gibt es da irgendwelche hinweise zu in dem raum denn ich habe andere keine ahnung ich habe keine ahnung wo es dazu hinweise gibt creepy geräusch am start ab jetzt bin ich fan von in in der tat kampfmesser nicht für den munition nicht das nicht schlüssel ich meine das ist der schlüssel von der tanke weg mit dem schlüssel von der tanke hoffentlich brauche ich keinen schlüssel von der tanke mehr sehr seltsam und bitte da ist der der boy bist du dein buch am boy ja das ist sein buch gibt dem mann sein buch die hand die hand die hand das was machst du jetzt alles klar wir haben ein badass scepter Da ist die Keycard für den Weapons Locker. Nice. Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte die Perle, die von der Königin des Niers verzerrt wurde. Der Diamant, der einen König auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag in dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adeligen geziert haben und sogar einen Weisenkönig gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert. Was sicher viele Liebhaare anziehen wird? Man sollte jedoch Werteleser mit Vorsicht begegnen. Man sollte ihm jedoch Werteleser mit Vorsicht begegnen. Dahinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adelige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Okay. Böser Stein. Warum nehme ich dann den Stein? Wer weiß. Wer weiß. Aber ich habe die Keycard für den Weapons locker. Vielleicht soll ich da runtergehen und jetzt gleich die Shotgun holen. Ah, nein. Da war ich. Eher nicht, ne? Ja, dann bleibst du da. Oh, kacke. Ich guck mal, was da abgeht. Musste das sein, jetzt toter Typ? Ist nur der tot. Für die nichts. Zombie tot. Möge er niemals rauskommen. Okay, wie auch immer. Hä? Jetzt hängt da unten die die Olle. Warte, ich bin gleich da. Yay, weiter im Regen warten. Der steigt jetzt aus. Nein, tut er nicht. Der fackelt jetzt ein bisschen. Ah! Nicht lange fackeln. Wie geht's dir? Der Helikopter kann, wie ist sie nichts? Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Ich stehe seit drei Stunden im Regen. Und die auch. Ich stehe seit drei Stunden im Regen. Das ist gut. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Oh, Claire. Nicht aufgehen. Ich bin sicher, wir finden dich. Ich bin sicher, wir finden dich. Ich hätte vorher die Shotgun holen sollen. Mist. Du weißt, was das heißt. Die Kacke ist am Dampfen. Äh. Schhh. Schhh. Äh. Äh. Sag dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Claire verschwinde hier. Jetzt. Hey. Lass uns das durchstehen. Beide hier. Ja, jetzt verpiss dich. Wir sind zwar hinterm Zaun, aber wir gehen jetzt auch wieder rein, ne? Wir gehen jetzt wieder rein. Äh, Marvin. Ich hab ja ein Problem. Kann ich euch aufmachen? Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie nicht? Nein. Marvin, Marvin. Oh. Ja. Schneidewerkzeug. Ist ein rot markiertes Dach. Hat es seinen Zweck erfüllt? Hm. Höh. Hat der Schlüssel einen Dings-Symbol getragen? Bitte hat er das nicht getan. Bitte nicht. Bitte nicht. Was mache ich jetzt? Ich bin so blöd. Ich hoffe einfach, er hat so ein Symbol getragen. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Dass er dieses Symbol hatte. Be gone, Kette. Aber komm ich hoch? Alter. Ihr geht ja auch ganz schön ab, Alter. Ja, ja, brav. Brav Maul halten. Bin wieder bei euch. Schön. Schock. Schock. Alter. Alter, das war ja unnormal. Hängst du jetzt da fest? Ich muss mich wohl verarschen, Alter. Alter. Ich bin gut. Da ist der Kopf offen. Hey, Polizist. Wollen Sie... Officer. Kommen Sie da raus. Ah, ich kann von hier auf ihn schießen. Das ist gut. Gib mir mein Messer wieder, Miststück. Au. Bye. Scheiße, aber nicht brauchen wir den kleinen Schlüssel aus der... Den geht's nicht mehr. Ja, wir kommen jetzt überall rein. Mit dem Machtwerkzeug. Der macht. Uh. Hindurch. Bitte, keine Zombies mehr. Echt nicht. Okay. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. ich hab doch zugemacht also wollte alter du mongoloid ich hätte schneller machen müssen ja krabbelst du alter alter typ jetzt jetzt stehst du auf guten morgen da ne blendgranate also den web ist locker ding kann ich die will nicht eintauschen ich tausche gegen das schießpulver sind jetzt alle in diesem raum tot bitte da haben wir dich wir haben gerade so viele wichtige items auf einmal so viele wichtige items auf einmal oh mein gott bin ich durch mit diesem leben hey dich haben wir jetzt auch ich krieg die fucking krise was haben wir hier schießpulver heißt ich halt einfach mal ein anderes schießpulver oh gott alter hier bleibt wer da draußen schön da war was mhm mhm und so das wird echt helfen nein marvin er lebt noch noch am ende wird er gefressen brutal weggefressen da wird er richtig brutal weggemetzelt ich seh's schon guten Tag guten Tag karte automatisch gelöscht also wo müssen wir das rad anbringen Das war Treppenhaus Bleibt der draußen? You stay outside You stay outside Bleibt der draußen? Ja, der bleibt draußen Lecker Aber Damit soll es das für diesen Part mal gewesen sein Zombies bleiben draußen Ich habe das runde Ding nicht mitgenommen Okay, aber wie auch immer Damit war es das für diesen Part Und wir sehen uns beim nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.